Was mach ich hier? Das ist ja widerlich. Wollt ihr mir gar nicht helfen? Genau das erleben Millionen von Meerestieren überall auf der ganzen Welt. Und die haben nicht immer Superhelden in ihrer Nähe, die kommen, um sie zu retten. Na schön. Plastik ist vielleicht doch nicht immer so fantastisch. Stellen Sie in Zukunft Dinge her, die wiederverwendbar oder recycelbar sind. Und aus Material sind, das sich zersetzt. Ihr habt recht. Mir ist jetzt erst bewusst geworden, wie sehr die Umwelt durch Plastik verschmutzt wird. Monsieur King, hier ist ein magischer Anhänger, der Sie an Ihren guten Vorsatz erinnert. Gut gemacht! Ja! Ja! Ja!